Freie und entspannt in deinem Körper Lege dich bequem in Rückenlage auf deine Matte oder an einen Ort, wo du dich wohlfühlst. Wenn du möchtest, bette dich mit einer Decke zu, unterlagere Kopf und Knie, oder unternehme das, was dir hilft, deine entspannte Liegeposition zu finden. Wenn du möchtest, darfst du deine Augen nun schliessen. Du hast jederzeit die Möglichkeit, diese Reise zu unterbrechen und die Augen wieder zu öffnen. Beginne nun, deinen Körper wahrzunehmen. Wo liegt dein Körper auf der Matte auf? Wo bedecken Textilien deine Haut? Und wo kann die Luft deinen Körper umschmieden? Lasse deinen Körper mehr und mehr auf deine Unterlage herabsinken. Lenke die Aufmerksamkeit auf deine Atmung und spüre, wie du bei jeder Ausatmung den Körper noch bewusster und schwerer fallen lassen kannst. Gib deinem Atem eine Farbe und spüre, wie diese Farbe nun über deine Nase, in deinen Rachen bis tief in deine Lungen einströmt. Bei der nächsten Ausatmung verteilt sich diese Farbe in deinem ganzen Körper. Aus der Körpermitte bis in die Arme, Hände und nach unten über die Beine bis in die Füsse. Spüre, wie deine Füsse entspannt und locker nach aussen fallen. Lasse sie schwer in den Boden senken. Nimm deine Waden und Schenkel wahr. Wie liegen diese auf der Matte auf? Lasse mehr und mehr Entspannung zu, damit du sie bewusster in den Boden fallen lassen kannst. Geh nach oben zu den beiden Oberschenkeln und auch dort lässt du los. Mehr und mehr rollen und fliessen die Beine nach aussen. Dann geh weiter zu deinem Becken. Fühle, wie es schwer auf der Unterlage aufliegt. Mit dem Einatmen kneif sanft die Po-Backen zusammen und mit dem nächsten Ausatmen noch mehr die Po-Muskeln loszulassen und das Becken schwerer und schwerer in die Matte fallen zu lassen. Weich und geschmeidig fühlt sich dein Rumpf an. Wandere weiter nach oben zu deinem Brustkorb und Schultergürtel. Nimm bei der Einatmung wahr, wie deine Rippen sich fächern und weiden. Mit der Ausatmung senken sich deine Rippen sanft und fliessen Richtung Boden. Atme ein und schaffe Raum. Atme aus und lasse los. Atme ein und spüre, wie frei du in deinem Brustkorb bist. Wie viel Platz dein Herz einnehmen kann. Atme aus und geniesse, wie du entspannt Brustkorb und Schultergürtel in den Boden schmelzen lassen kannst. Wandere nach aussen zu deinen Armen und Händen. Deine Handflächen sind nach oben gedreht, so als würde die warme Sonne sie wärmen können. Diese Weite vom Brustbein über die Schlüsselbeine nach aussen in die Arme und Hände hilft dir, mehr Offenheit zu geniessen. Atme ein und schicke die Ausatmung über diese Weite nach aussen. Mehr und mehr gibst du das Gewicht deiner Arme ab. Schwerer und entspannter sinken deine Schultern in deine Unterlage. Über den Hals und Nacken wanderst du nach oben zu deinem Kopf. Spüre, wie du die Kopfhaut ganz locker lässt. Glätte die Falten auf deinen Stirn und lasse alle Gesichtsmuskeln los. Öffne deinen Mund und dein Kiefer entspannt sich. Deine Zunge liegt entspannt auf dem Mundboden. Gehe mit der Aufmerksamkeit zu deinen Augen und lasse die Augäpfel tiefer und tiefer in die Aughöhlen zurückfallen. Du lässt alles los, bist wohlig entspannt und kannst dich behütet fallen lassen. Geniesse ein paar Atemzüge dieses freie, entspannte und geborgene Gefühl. Dann komm langsam wieder zurück. Nimm bewusst, wie du deinen entspannten Körper warst. Ist die Auflagefläche deines Körpers vielleicht sogar etwas grösser und weicher geworden? Dann fühl den äussersten Punkt deines Hinterkopfes. Lasse deinen Kopf von der einen zur anderen Seite hin und her schaukeln. Deine entspannten Gesichtsmuskeln schaukeln mit. Beginne bewusst, in deinen Brustkorb einzuatmen und mit der Ausatmung die verbrauchte Luft ausströmen zu lassen. Lasse den Atem fliessen und beginne die Zehen, die Fingerspitzen zu bewegen. Geh weiter zu Fuss und Handgelenken, Beine und Arme, alles beginnst du zu bewegen. Geniesse es, dich zu recken und zu strecken. Schenk deinem Kiefer etwas Bewegung, löse ihn. Und in deinem Tempo machst du dich dann langsam auf den Weg über die Seite in einen Sitz oder Stand. Nimm dort dieses Gefühl des Vertrauens, des Entspanntseins, des Wohlfühlens mit in deinen Alltag. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!